Vom 12. bis 14. August nehmen euch PietSmiet mit auf ihren Campingtrip in die Eifel. Es wird am Lagerfeuer gekocht und Geschichten erzählt. Es werden Tiere gefüttert und gestreichelt. Es gilt Pfadfinderprüfungen zu bestehen und Abzeichen zu verdienen. Und vor allem gilt eins, euch zu unterhalten. Die Schnittchen freuen sich auf euch. Seid dabei und schaltet ein. Exklusiv auf dem Twitch-Kanal von PietSmiet. Was geht ab, ihr Ganschnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge CuddleStrike Global Offensive. Heute mit dabei alle außer Christian, denn der ist noch im wohlverdienten Urlaub. Und natürlich haben wir dafür einen Special Guest. Und zwar Scissor. B-B-B-B. B-B-B. Also Scissor, da wo ich gepinkt habe, da können die herkommen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Die haben aber ein bisschen gepusht, oder? Ja. Ja, haben sie. Und die haben gesmoked, Alter. Ist ja richtig räulig. Das finde ich nicht gut. Die planten schon. Ja, ich kann hier nicht raus. Die flashen auch schon. Die schießen auch hier hin. Was haben die denn bitte für eine Waffe? Eine Pistole. Gelockt. Ist ja nicht gestorben. Da waren zwei. Oh, leer. Hm. Ja, haben wir zu null verloren. Ist okay passiert. Das ist krass. Wir haben niemanden getötet, das war beteiligt. Das können wir die 16-0 gewinnen, damit die wenigstens auch glücklich sind. Haben die nachher keinen Bock mehr. Ist auf keinen Fall zu null. Kaufen wir uns gegen, ja, ne? Ach, okay. Auf keinen Fall zu null. Wir haben zweitens. Keiner hat Geld. Keiner hat Geld. Ich kann mir aber eine MP7 kommen. Oder eine Schottie. Ja, kommen die dann nicht. Also Thierry, sie kommen meistens, kommen die da unten raus. Ja. Also da, aber gerne stellt sich einer mit einer Aave oder so auch mal da oben hin. Ja, ja, ja. Versteck dich hinter irgendeiner blöden Kiste. Ah, ist auch gar nichts passiert. Ja, die sind auch schon da. Wir gar nichts. Da ist eine Waffe geflasht. Alter. Ja, nochmal Schlafschalte, die nicht funktionieren. Da ist noch drückend. Nächste Runde funktioniert das nicht mehr. Ich bin leer. Weißt du, macht der jetzt aber so lange, bis der Funk nicht mehr funktioniert. Aua. Ja, also nächste Runde. Kriegt er auch? Also nicht mehr. Wir bleiben einfach A, egal ob B fällt. Den finde ich eigentlich ganz gut. Frag ich. Ich finde, dass irgendwie bei B, das finde ich so eine Abschlachterei. Das ist ein ziemliches Gemäzel, ja. Man kriegt da Flashes und es gesuchtet. Und dann ist man... Ich smoke da mal. A, unten. Damit die da nicht so rauspushen können. Oh, das war die falsche Taste. War das deine? Ja, ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Cool. Hm, sorry. Wir sind wieder A. Ja. B. B, meinst du? B. B, dann komme ich da mal rüber. Hey, die gehen über Tunnel, glaube ich jetzt. A ist auf jeden Fall eine Flash. Ich glaube, die machen Tour de Mirage, ja. Ja, da ist... Ach komm, die sind neben mir runtergesprungen, die Sau. Moin. Einen habe ich. Einer ist unter Holz. Die haben gesmoked und gefeufeuert. Ja, bitte. A. Ja. A ist geplantet auch. Unter Holz könnte einer sein, Bram. Ja, da könnte auch einer sein. Ja. Einer bei Unterholz. Was? Ich flash dahin, wo du markiert hast, Bram. Nicht dahin gucken. Teil Saar. Teil Saar. Und hab mich. Trotzdem. Kann mir die A. Aber noch einer mitnehmen? An der Box. An der Box. An der Box links neben dem Unterholz. Wir sind überall Boxen. Links neben dem Unterholz gibt es nur eine Box. Ja, genau. Da. Da. Ja, voll Federerz. Alter, Federer. Oh, Traum, Traum, oh Gott. Kein Thema. Meine Fresse. Federer versteht mich. Hier links neben der Ding ist, ist keiner gestorben. Ich verstehe nichts. Links neben der Box. Federer hat mich. Alles gut. Hinter der Box, ja. Ich gebe zu, war nicht die beste Ansage. Meinst du sie im Pit? Wir haben ja alle, die nicht die besten ansagen. Ich meinte sie im Pit, ja. Oh, die haben hier Gedingsbums. Ähm, bitte. Da haben meine Fresse. Ach, das ist ab. Das wäre ja gar keine Steffung. Das klingt nach Mitte aktuell, ja. Ja, in Mitte ist auch einer, und zwar genau da. Hallo. Guck nochmal. Grüße Sie, Achtung, voll folgt. Die Brennung short. Oh, es flasht. Oh, von der Acker. Jetzt hat mich Delta. Ja, aber das ist mehr als einer. Ja. Ich glaube, die gehen A, oder? Weiß es noch nicht. Ja, da kommt eine A. Das klingt eine A. Ah, da kommt noch mehr. Sie haben mich gesmoked. Oh nein, und Weinkeller. Scheiße. Scheiße, die haben mich halt komplett weggesmoked. Fuck me. Wer lebt noch, Sepp? Ich bin auf A. Moven über die Mitte. Wo moven die denn hin? Weiß ich nicht. Ein Keller. S. B. Oh, oder auch nicht. Scheiße. Uh, sehr schön. Küche ist Bomber. Jungle. Jungle. Er ist da noch nicht raus gewesen, oder? Wahrscheinlich. Weiß ich aber nicht hundertprozentig safe, leider. Nee, mit D-Planten. Doch. BK. Fuck it, ey. Weil der denkt vielleicht, dass ich von woanders komme. Hoffentlich. Bank. War er da? Nee, aber da tippe ich, dass er da ist. Nee, würde ich auch tippen. Fuck me. Das ist ja K. Ben? Wo ist die Sau? Der ist schon gegangen. Ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat sich ultra geplayt. Scheiße. Ah, der war oben. Er war oben. Der war oben. Scheiße. Hinter dem Weinkeller ist die Aave. Da. Boah, nice. Scheiße. Dann kann ich die nochmal haben. Das ist ganz nett. Autsch, Echo. Geil. Wo ist denn die hier hin? Die ist jetzt einfach von Jay gewandt. Aber wir haben keinen Echo, weil wir haben eine Orb und zwei Leute, die noch kaufen können. Das ist richtig. Ich kann mir eine Shotgun kaufen. Ich gehe mal oben rein. Jawohl. Nice. Schön Ramm. Hatte der nur eine K in der Mitte. Keine Steps, die gehört. Kommt mal einer. Die Epsen sind auch safe. Ganz links. Da. Wie ich sterbe. Nein, mein Gott. Da halt. Nice, Pappen. Alter. So, Moment. Was das natürlich sein könnte. Da gucke ich auch mal hin, so ein bisschen. Du deckst mir den Arsch. So. Ah, bist ja ruhig. Jetzt am Ramm. Aber man schießt doch immer an die gleiche Stelle. Soll ich das jetzt so mache, oder? Ich bin mir da auch nicht so sicher. Wir stellen sich... Eps. 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 Einer. Ja, da ist noch einer. Nice. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Ich brauche nur Wappen. Wenn wir messern können. Ramm, Mitte war einer, ne? Ramm, don't be crazy. Nee, ich wollte da jetzt nicht runterspielen. Ja, okay, gut. Geh mal gucken, ob ich eine Waffe finde. Es lohnt sich. Jetzt. Komm ich genau runter. Da, in der Ecke. Steht auch ganz oft einer. Den siehst du von hier oben tatsächlich nicht. Da unten ist keiner. Hallo, Juni. Ah, scheiße, ich könnte dich erschrecken. Okay, ist das wieder jetzt gerade so ein bisschen saven, oder? Wissen wir, wo die Bombe ist? Nee. Aber ich bin auf A. Okay, ich bin aber bei B gelaufen. Ich bin aber bei B gelaufen. Wird wahrscheinlich Palace sein. Counter-Terrorists win. Ah, Interfahre natürlich. Ja, ja. Ja, Nubbel. Wie viele Runden müssen wir denn so holen als... Als CT sind drei verlieren, schon drei zu viel eigentlich für uns. Ja, wirklich. Ernsthaft. Ja. Ich glaube, der war im Pit. Ich glaube auch. Aber er hat die zwei... Ja. Na, okay. Aber bei uns ist halt jetzt auch so die Lache weggefallen. Ja, ist halt so. Ich habe Füße hochgelegt. Steps. Werner mit. Da ist noch einer da. Vielleicht mehr. Die wollen aber auch immer B, oder? Ja, aber da kommen sie nicht mehr durch. Finde ich gut. Lernen durch Schmerz. Endlich gehen die mal B, weißt du? Sonst gehen die Leute immer A, wenn wir jemanden in der A spielen. Oh, da ist die. Ah, ja, ich bin schon in der A. Da ist der Tunnel unten. Nö, das ist der. Ein Keller. Genau. Was hat der für eine Waffe? Äh, das weiß ich nicht. Der hat mich mit einer Granate angeschmissen. Soll ich den mal facen? Soll ich den vorher flashen? Ja. Okay, ist weg. Oh, ah. Hast du mich trotzdem gespürt? Nein. Ist da noch jemand? Die Bombe war aber im Tunnel, ne? Ich weiß nicht, ob die, also. Das heißt, die könnten Apps gehen, oder so. Oh, Steps hier, Palace. Ah, da ist Bombe, ah. Oh, Palace. Oh, dem war ich einige gedrückt. Oh, Achtung, Flash. Oh, die Flash, Junge. Sorry. Ich war nicht geflasht. Ach, komm, jetzt geh ich auch rein. Ich will auch einen Kill haben. Danke. Der Palace war ja, ne? Ja, ich gucke Palace hier. Okay, gut. Ja, innerer Palast steht da. Ist halt außerer Palast. Nice. Sie haben Maschinenpärchen, aber. Ja, die Kugel aber halt direkt aus der Bindung in den Kopf. Ah, ja. Wirklich, der steht close. Autsch. Wie wirfst du denn immer die Smoke, Peter? Ich muss mir heute mal abgucken. Ja, ich werf die ja immer von meiner Position unten einmal gegen das Fenster. Vielleicht, guck mal jetzt mal an. Ja, guck dir das mal an. Warte mal. Ja, wobei das eigentlich super easy ist. Ja, ist es ja, aber ich weiß gerade nicht, wie das geht. Und ich hab die Smoke gerade. Das sieht mal nachher aus. Eine Möglichkeit ist legit, einfach von hier aus zu werfen. Ich stehe jetzt. Hallo? Ja. Hörst du mich an? Ja. Ja, ja. Ah, ist einer drauf? Okay. Das war kaputt. Das ist eine OP. Alter, kommt doch nicht alle raus. Die Bombe liegt hier. Alter, ich hab... Immerhin ein verbrannt. Das war gut. Ja, ja. Ihr habt die Bombe da? Hat mich leider. Oh, einer... Okay, steht an den Treppen. Jawohl. Die Abeliekt haben es. Oh shit, einer... 93 hab ich dem gegeben. Der letzte? Der hat sieben. Unten war der, der. Und so hat ein Bogen. Der letzte. Also Main war der. Genau da stand er. Oh, schön. Ja, Willi Jungle, falls du den noch kriegst. Hui, das ist weit. Ja. Nee. Dann geht. Du kannst aber auch eine legen, wenn du willst. Ja, alles gut. Kann mir jemand legen? Ja, ich leg. Okay, du legst. Ja, ich hab am meisten Geld. Danke. Willst du eine AK oder eine M4? Ich war eine AUG. Achso. Ja, dann nehm ich das, was da drin ist. Nehmt alles gut. Such's dir aus. Ich nehm das hier. Oh, ich hör sie hier schon rennen. Ich dachte, wenn du die rennen hörst, dann sind die Apps. Die sind hier. Ja, ich sag da bitte raus. Nein, aber die sind oben im Kitchen. Links Jungle. Dann hab ich geboostet. Da drinnen. Und da unten. Da auch. Da auch schon. Ja, genau. Und da rechts auch. Wir gehen über B Short. B Short, Jay. Genau, wir gehen über Short. B Short. Oh, okay. Äh, Operator. Oder AWP. Da haben sie uns aber genutzt. Ja. Alter, dat war mega smart. Dat war einfach to the garage. Leiter heißt den Valorant. Kommt ihr jetzt auch mal B Short noch? Ja, jetzt sind die... Da sind zwei hingegangen. Vielleicht seid ihr auch direkt Leiter gegangen. Die laufen einfach ultra verwirrend. Ficker einfach. Ach. Da haben sie doch. Ei. Da stand die AWP Braminator, ey. Schöne Waffe. Wir haben... Die hatten Echo und wir haben keinen gekillt bekommen. Ja, das war echt freudig. Ja, das ist meistens so, wenn die Leute so spielen. Ja, die sind nicht. Aber die haben Echo und Cesar hat Echo. Ja. An Echo und da. Okay. Ich habe die P250 genommen mit Geldschein drauf. Von Benjamin Franklin. Geil, oder? Geil. Geiler alter Benjamin. Töre. Benjamin Blum. Schön. Ich schme... Ich schmeiß smoke. Mhm. Jeder? Der Steps. Ein oder zwei. Oh. Zielt. Brauche ich Apps oder wo? Mhm. Könnte also nur einer sein. Also guckt mal nicht. Throwing a grenade. Therese schon komplett durch, also... Ja, ja. Oh, dann sind sie aufgestellt. Tour de Mirage. Die stehen schon alle unter Bram. Aber diesmal stehe ich dafür. Holy fuck, Alter. Oh doch. Apps, 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 Apps. Also die hat mich komplett... Apps ist das hier oben, right? Ja. Ja, das ist wer. Oh ja. Ich hole sie von hinten. Ja, einer unten im Tunnel. Da runter, Therese. Ja, da oben war aber die... Oh Gott. Okay. Da waren alle an der Treppe. Gehen die wieder weg? Die waren wieder zurück. Also kam Therese entgegen. Sie sich auch in dem Moment umgedreht haben, ne? Die kommen im Moment, glaube ich. Oh, A-Flash, oder? Glaubst du nicht, dass die schon A sind? Richtig. Nicht alle. Das war eine Orb. Nice. Das ist jetzt deine. Oder das ist jetzt deine. Da ist er, oh, der Pell ist da. Die Pell ist da. Einer Pell ist einer Main, einer Boxen auf A-Spot. Welche Boxen? Die. Äh, ne. Die Pell ist dran. Ne, ich habe alle drei angesagt. Achso, okay. Entschuldigung. Äh, CT ist einer. Der Cookie. Ja, das wird schwierig. Das Licht hat er vorkommen. Was machst du, was ich mache? Orb-Safen. Der Operator. Also ich glaube auch, die drei machst du dann nicht. Peter, ich glaube, du machst die nicht. Sieh, aber Peter strengt sich schon nicht mehr an jetzt in dem Spiel. Wenn ich die Orb-Safen gehe? Das ist doch ein Scherz. Absolut Fräger, die regnet sich jetzt hier auf. Boah, Alter, ein Joke ist aber sowas von einem hier vorbeigeflogen. Der flog auch. Alter, Niklas, das ist so ein Föllhorst, wa? Hat er sich halt noch töten lassen. So ein Muschi. Ja. Nee, bin ich. Geil. Soll ich dir was legen oder machst du das selber? Mach ich selber. Ich mach's ja selber, Bram. Okay. Der ist verheiratet. Das ist ganz schön teuer auf CT-Seite. Halleluja. Ab jetzt ist die Hand angesagt. Äh, A, Granaten. Äh, nix. B. Einen hab ich. Hoppe B. Äh, A, Entschuldigung. Shit. Oh shit. Hier sind mal Feuer, Granaten, die zwischen A. Einer ist schon Richtung Jungle gegangen. Videos rasieren. Ja, das ist heftig, ey. Vor allen Dingen, weil CT unsere Seite ist. Die pushen aber auch insane drauf. Ähm, Echo. Ist CT eigentlich bei mir rasch überhaupt unsere Seite? Das hat nur so ein Feelings-Ding. Das ist unsere Seite. Fass mich. Ich fühlte jetzt auch, jetzt, wo du das sagst. Der ist sehr gut. Davor war immer so, hm, aber jetzt. Ist aber auch warm geworden. Ich glaub, ich brauch die, äh, die Handpilis. So, Deagle. Okay, Mitte ist gesmoked. Ah, die ist noch nix, ne? Nee, bis dato nicht. Ich weiß auch, ich Deagle den jetzt weg. Mit Ansage. Oh mein Gott. Das. Da standen ein paar B. Ah, es ist da. Einer ist Palace. Er hat mich weggegeben. Der kommt da gleich raus, Sasan. Der ist da oben noch. Lädt gerade witzig nach. Er wartet auf mich. Nee, der, weißt du, hat er das überhaupt nicht? Glaub nicht, also er kann's nicht wissen, eigentlich. Na, dann wartet er nicht auf dich. Ja, aber dann muss er doch da runter. Wenn er wieder zurückgeht. Nö, tut er auch nicht. Nein, lol, alter. Einfach Ehre genommen. Hol dir die AK. Nein, hör auf, wo kommt ihr denn jetzt her? Hat er Freunde bestellt? Oh Mann, ey. Zeig halt von denen. Ich glaub nicht, dass das Freunde sind, dass er so ein Slack-Gemeinstoff hat. Oh, kacke. Oh, das war so schön, Therese. Glurreiche Momente, weißt du. Der geile Klick und dann sowas. Ja, da dachte ich, ich hol mir die Waffe und dann fiel es weiter. Ich hab dem die Schotty direkt in die Nase gebrezelt, aber... Ah, wieder Flash. Wuhu, na, Muschi? Also Delta meint er. Er ist still. In der Mitte ist nix. Tunnel könnte natürlich sein. Das sieht man immer so schlecht. Sie machen dann wieder Vollfäu. Ah, passiert was, aber... Sie haben sich selbst gevollfäuert. Smokes und Flashes. Hat man das? Hat man Jays. Hat Tunnel geguckt. Bombes Palace. Ja. Ich hab's jetzt einfach aus dem Leben gejeeetet. Bombes im Palace. Mhm, nice. Ich geh hinten über 2D. Ui. Einer ist hier close, glaub ich, an der Treppe, oder? Was ist er? Bei dir, ne. Das ist der letzte, Sepp. Da. Soll ich dieses Mal jagen? Komm. Ja, komm, lass... Nein, nein, ich hab ihn. Das ist kind, der. Ich hab ihn gefunden. Wohu! Dann hab ich die Awe verloren. Das war nicht so gut, Bram. Nee, da liegt unten hinter Main. Wurzeln nur gesagt haben. Wo ist denn der? Hinter Main. Keine Awe, wahrscheinlich. Dann, dann... Wie soll ich denn sonst die Awe verloren haben? Das ist ein guter Punkt. Einfach so hingesmissen wieder gegangen. Also ich bin Palace. Und ihr? Ich guck auf Main. Ich entspann mich auf A. Ey, muss doch noch da sein, oder nicht? Ja. Der ist auch noch da hinten, ja. Der hat jetzt Bram's Awe und wird dir einfach saven. Ja. Ist nicht okay für mich. Woa! Geil! Unernhaft! Richtig schön! Aber hat sie nicht gemacht. Soll ich dir eine kaufen, Bram? Nein, da ist sie auch. Oh, geil! Da liegt sie doch. Siehst du das, Bram? Geil! Ja, ich seh. Mega geil. Schönes Ding. Ist das schon geil, oder? Da ist sogar mein Name einer drauf graviert. Da finde ich das geilste. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Oder ob man das heute auch noch kann. Stimmt nicht. Ah, Hinteschware! Mach doch mal nicht den. Oh, kommt jetzt der Nächste? Na komm. Warum ist das eigentlich so krass nach Kerze? Käpt'n Dreckstück. Was macht wer? Nein, das war so klar, Mann. Wieso lade ich? Na, ich fick'n Nudel, ey. Ich fick'n Nudel? Ich schicke Nudel. Wafidi Wafidi, ich schicke Nudel. Ja, okay. Aber auch mit Bombe? Das hatte ich noch nicht gesehen, aber hier sind noch sehr viele. Tunnel ist keiner. Bombe ist oben Palace noch. Global, Elite, oben Palace? Flash, äh, Peter. Äh, nicht Palace, Entschuldigung, Apartments. Oh, da habe ich doch einfach noch 10 HP. Hinten, die... Up and down. Nice. Bombe auch. Bombe auch. Keine Ahnung, wo der Letzte ist. Aber wo ist der Jungen? Eps. Oder er kommt überm Weinkeller, ich weiß es nicht. Der war on-spot gewesen. Ich guck short. Der ist jetzt am Auto. Ich hätte nicht gedacht, dass Happy World einen Führerschein hat. Jawohl. Den glaube ich gar nicht. Hinten links von dir aus hätte man sich interessiert. Genau. Richtig, richtig lässig. Brauchst du eine Arbe dran? Ja. Bitte. Jawohl, meine Arbe. Nein, das ist die von dem Schmutzlot, oder? Ja. Ich habe trotzdem... Sonne im Löwe? Nein, will ich die nicht haben. Sonne im Löwe? Alter. Brauchst du eigentlich eine Waffe dafür, Sepp? Ne, ich kaufe es selber, danke. Okay. Alter, was ist das denn für ein beschissener Spruch? Sonne im Löwe. Sonne im Löwe. Scheint die bei uns im... Ah. Na, um 12 Uhr scheint die Sonne noch immer bei denen, oder? Aber mit der Fahrer ist das so einer, der gammelt dann immer, oder? Einfach mal so Gerüchte, die mir jetzt... Ich höre nix. Einfach mal sagen. Ne. Deswegen auch Sonne im Löwe. Naja, dann hast du nämlich... Jackpot. Oh, da kommt was auf A? Oh ja, Smokes und so. Einer hat's Palace. Steps auch. Aua, einer ist Palace. Wir sind schon durch von Main. Was ist Main? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Oh shit, die Flash war richtig schmutz. Ach, das war deine? Alter, Sebastian. Die war echt scheiße. Ich wusste nicht, dass er die so kurz wirft. Oh, ein Wege geplant? Ne, Bombe A. Bombe A. Ah, ich war schon auf dem Wege. Einer ist, glaube ich, Treppen. Das ist der letzte, ja. Geiser, oben. Nice, Sonne. Auf dich. Schön. Danke. Irgendwo noch eine Arbe? Aber man lebt noch. Alter, ich bin gerade der beste. Fuck. Da hast du trotzdem elf Tode. Ja, weil ich halt so viele Gegner töten muss. Ja, was? Alter, sieben, sieben, ey. Letzte Runde, ne? Ja. Letzte Runde, erste Hälfte. Gönn wir das nochmal. Bisschen anstrengend jetzt, ne? Mal an alle hier. Oh, ich hab die Smoke von Hapkin. Das heißt jetzt echt nicht, wenn es nur zu lassen gibt, ja? Gönn wir das. Okay, hier werden Sachen geworfen auf B. Aber noch nicht viel. Autsch. Da war eine Awe auf A. Gut, ich versteck'n. Wo denn? Main hinten durch. Ich konnte nochmal einen Smoke werfen, das war's. Komische Nades. Mitte ist offen. Apeda ist da. Oh, da fehlt aber eine Mitte, Bram. Oh ja, Mitte ist Molly gekommen. Oh Gott! Jetzt ist Mitte. Bombe, Mitte. Short. B-Short. Down. Mhm. Oh mein Gott. Wo liegt ein... Apeda, du Tier, ey. Ist dort oben, liegt die Bombe. Machst das gut, Saison. Wenn ich fragen wollte, wo lügt denn die Bombe? Die lügt oben. Wer ist schockert. Okay, du guckst jetzt B, oder? Oh mein Gott. Da ist noch eine. Oh ja. Ja. Nice. Ja, easy. Therese deckt. Alter. Okay, weißt du, warte ich mal, ich guck mal auf B. Ob von da, von hinten einer kommt. Oh mein Gott. Das ist ein Klass, ja. Und auf B. Nektor. Oh. Du musst auf B. Der ist doch... Uiuiui, ich bin schlecht. Ich glaube, das ist... Ja, kein Problem. Du hast noch 13 Schuss im Magazin. Vergiss das. Das ist gar kein Problem. Ich werd eh mit einem Lerner weg, die einfach nur... Haltet die Schnauze. Acht Sekunden. Ja. Versteck dich mal bis wir da links. Ja. Okay, Chef. Warum? Ist es so genehm? Doch nicht mehr, ne? Ja. Die wissen's halt. Zeit, dachte ich vielleicht. Ja, ja, aber leider die zwei Sekunden, oder was das waren? Da ist einer. Das Auto. Den Räuchern... Oh, da ist noch einer. Oh nö, ich dachte, ich könnte einfach einen Zweifel hinterschmeißen. Passiert. Mixed in nothing. Ich weiß. Ich weiß. Mirage haben wir schon mal besser verteidigt. Ja, voll. So. Aber dafür machen wir das jetzt. Wohin gehen wir? Therese, wo möchtest du denn? A oder B? Nach B. Ich mach am Fernseher vorbei. Nach B. Okay, ein bisschen watchy-watchy. Was läuft denn da? Da läuft bunte Farben. Geil. Auf Dauer. Geil. Ja, ne? Weißt du, das ist nicht alle Farben, die Band? Ja, deswegen nehme ich sie auch zu bunte Farben. Die haben gesmoked. Gehen wir da durch? Wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Ja, gehen wir da durch. Okay, 40 hab ich. Ert die Bombe. Grün. Ich mach für Apps. Hier auch Apps. Ah, äh, da ist. Gehst du noch Apps, Sepp? Oh, Apps ist einer. Alter, als ob der von da kommt. Der ist überhaupt so. Ahem. Apps. Papier machst du. Schlecht dich? Oh mein Gott. Den hab ich doch aufgehalten. Oh, das wär so nice gewesen. Ah, ich glaub, das schaffen sie, ne? Ja, schaffen die. Ja, schaffen die. Wenn du den getötet hättest, dann wär sowieso Ende gewesen. Ja, einfach den einen hab ich da noch getötet. Wie viele soll ich töten? 5. Das sag ich nicht. Ach. 75 Kills kannst du machen, insgesamt. Eieiei. Wenn's keine Verlängerung gibt. Das tut gar nicht. Oh, das war jetzt dumm, was ich da gekauft hab. Na ja. Oh, ich hab voll reingep... Okay, wir kaufen. Das tut mir leid. Ich geh dann mal in die Mitte, kann ich bestimmt gut snipern. Weil mit Operator oder AWP guckt mir da noch keiner entgegen. Ja, noch keine Orbs. Ja, eben. Deswegen ist... Operator, das Wado-Ding? Ja. Okay. Oh Gott, der hat sich von unten angeschaut. Das Cookie-Mann-Kann. Wir müssen mal kurz die Waffe haben. Short, Short. Geh, Short. Hier. Oh, Cookie-Oli von wieder, ey. Oben. Möchtest du zurück? Okay. Ne, aber ich will nachladen. Wo? Ein Fenster? Ja, oben. Über mir. Er hat runter geguckt. Short. Das ist schlecht mit der Bombe. Ja, nice. Lass mal hochgucken, wie viele Leute noch leben und dann sterben. Scheiße. Das hat sich gelohnt. Ja, jetzt soll es mal aber wirklich Eko, ne? Ja, volle Kanne. Okay, aber danach gucken wir uns mal eine richtige, ja? So eine Runde, wo wir Stuff haben. Ja. Und dann gönnen wir uns ein paar Runden. Oder wollen wir dann einfach die Leute gewinnen lassen. Wir können demoralisieren, indem wir einfach in den Chat schreiben, so schenken wir uns die Runde. Ich habe mal Hallo gesagt, ne? Ich glaube, die denken, wir gehen jetzt A. Und jetzt gehe ich Mitte. Ich werde die einfach nur verwirren. So wie die uns verwirren. Herr, das sieht aus, als ob wir gleich einen richtigen Haufen auf die Treppe fallen. Okay, die sind jetzt hardcore verwirrt. Oh Mann, das hat die Waffe voll weggeschmissen. Wir haben einen Haufen auf die Treppe fallen lassen. Also einer ist Window. Window ist weg. Rende unvorsichtig sofort. Ja, 36. Ach shit, Alter. Über die Mitte kommt einer. Okay. Ja, wo geht der hin? Das ist eine scheiß Waffe. Schade, Jay. 38. Was? Geh einfach um die Scheiße. Ich gehe jetzt einfach Fernsehen gucken. Oh, ist aus. Da wäre er doof. Peter, muss ich die Stromrechnung bezahlen. Erinnern wir Mitte. Aber laut. Okay, wo sind die? Da ist er. Nice. Fick. Schön, Herr da. Jetzt habe ich eine geile Waffe. Könnten die alle mal. Nachladen kannst du auch noch. Ah, gute Idee. Lol, der DM-4A1-Analritter. Von Cookie. Tja, Peter. Sie werden dich holen. Du könntest einfach mal einen Ace machen, jetzt noch in vier Sekunden. Das habe ich nicht. Schon ein hardcore hässlicher Skin. Was? Ja, sehr hässlich. Ich habe genau das auch gerade gesagt. Ah, also. Einfach so mit deinem Schätzchen. Oh, guck mal, Schwinde Waffe. Wäre ich auch gerne, ne? Mann, ist die hässlich. Ich habe schon echt richtig hässlich. Okay, wir haben zwei Orbs. Was machen wir damit? Bitte raschen. Ja. Bitte raschen. Okay. Ich bin fasziniert. Peter, das hört man, ne? Kann einer da smoken? Ich habe keine Smok. Ich kann unten smoken, ja. Ich meine, Durchgang, hier links. Peter, wir laufen zusammen. Du guckst aber auf Short. Ich gucke lang. Okay. Ich hoffe, gut. Ja, ist okay. Die ist ziemlich gut sogar. Okay. Short sehe ich nichts. Oh, mein Gott! Ich weiß nicht von wo. Fenster! Down. Als ob der Fenster war. Ja. Cesar kommt von hinten. Bin gefährlich. Bin in den Jungle. Oh, da kommt einer von hinten. Machst du den? Äh, I'm trying, I'm trying. Wo ist denn der? Noch hinten hinten? Ja, hinten hinten. Also der kam noch nicht näher. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Komm mal mit auf B. Ne, doch nicht. Nice track. Schöner Cheat. Aha. Durch den Smoke, durch ne Wand in den Kopf. Einer war Connector. Wir haben noch 35 Sekunden. Wir müssen ja immer was tun. Wir müssen auf B, ne? Oder B, whatever. Ist mir scheißegal. Guck mal rechts jetzt los, Sepp. Guck mal rechts los. Guck mal rechts los. Links links. Alter, was? Nein, die arme, arme Fraktion macht das schon. Ich hab einfach drauf gemäht. Alter, ich hab diese Waffe einfach gesehen. Das hätte jemand auf die Wand da abgelegt. Hab ich einfach mal random geschossen. Alter, die war so offensichtlich. Schieß mich ab mit rot leuchtenden Pfeilen und so da drauf. Ich finde, Jay sollte sich mal jemanden angucken. Ich hab nur gesehen, durch die Wand, durch den Smoke. Ja, da passiert nichts. Das ist angenehm. Decoy. Ich möchte es auch gefallen. Ich hoffe, dass Bram. Oh, einer kommt. Connector Bram. Ja. Noch einer Connector. Also über Apps kann niemand kommen, da decke ich. Als ob da keiner rauskommt. Schön, Bram. Hm. Wir haben Mitte gepickt. Jetzt haben die mich. Unten einfach. Oh, einer war B-Short. Einer geht B-Short. Also A war am rotieren und dann hab ich sie aufgehalten. 43. Sef hat die Bombe. Wird zu B. Von hinten? Oder wo? Dann willst du zu A. Dann hab ich. Der brennt gerade in P. CT. 25. Wo ist denn? Kann ich nicht. Nice. Jungle. Bauer hab ich daneben. Scheiße. Jungle. Rappe. Auf. Ja, komm. Bomm. War ein guter Zugriff. Das haben wir eigentlich ganz gut noch geholt, ey. Fuck. Nee. Naja, bis auf die Asache, die Leute nicht geholt haben. Ich hätte, ich hätte, ich hätte den einen halt. Abgesehen davon war es ziemlich nice. Wir haben die Bombe geplättet bekommen. Wir sind ja nicht Feuer verreckt. Das war schon okay. Das ist richtig. Wir können kaufen, oder? Ja. Können wir irgendwie so richtig krass raus. Warum haben wir eigentlich, lass doch mal, lass doch mal zwei Pelles aufstellen. Ja, lass mal krass A gehen. Drei A kurz aufstellen. Langsam machen. Und gleich bei einer bestimmten Zahl schmeißen wir alle Flashes raus. Ja, und ich habe eine gute Smog off für A. Sag die Flash. Äh, sag die Zahl. Ja, ich bin noch nicht da. Ich bin da. Bin da. Dann können wir mein Ding machen. Okay, dann. Drei, zwei, eins, go. Flashes raus. Hinten. Down. Connector, Connector. Treppe. Treppe zwei. Treppe zwei. Nice. Treppe waren zwei, ne? Guck dir diese Smog an, wie göttlich die ist. Also nicht 100%. Nein. Schön, Bram. Deck nach hinten. Stämmig, man. Tröppchen. Schlecht doch da um die Ecke, Peter. Da, links. Wo? Markier? Da, rechts. Äh, CC, CC. Egal. Beide, beide. Unschlechtes Aim. Zässor. Hallo. Entschuldigung, ihr Popo war im Weg. Entschuldigung, ich habe einen Kuh geholt. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich habe, also das Ding ist, in Valorant kannst du keinen Tierbeschuss machen. Da ist es okay, durch eigene Mates durchzuschießen. Hier leider nicht. Es tut mir leid. Do you want to do the same again? Ich habe eine, ja. Willst du? Das ist allermeisten Money. Hier ist eine. Ich habe die mal dahingeschmissen. Das ist taken, danke schön. Ist ja da, ist ja da so ein Müll geworfen. Oh, die hat aber einen geilen Skin, danke. Okay, doch mal. Ja, bitte gerne. Ja. Mit Pause und allem. Das ist ja richtig gut. Ja, Feuer ist ja egal. Wir sind ja quasi gar nicht da. 1,30. Okay. Schmeißen wir. Ja. Ja. Oh, der war oben. Alter, wieso kriege ich die denn nicht mehr tot? Oh mein Gott. Alter, Kabel nicht so schmutz. Nein. Oh, schade. Das war... Der war unten. 1 und 8 hatten wir noch getroffen. Oh, yes. Ich habe ein Problem. Ich glaube... Ja, das war ein großes Problem. Ist ja eben mehr schlauer gewesen, right? Wollen wir das mal jetzt mit einer Flash einfach auf B probieren? Oh, gut. In der Echo? In der Echo, ja. Okay, von mir aus. Schmeißen Molly dann Richtung Van runter, falls deiner. Steht. Okay. Wir bringen ja nichts, fünf Flashes in einen Gang zu werfen. Ja, absolut richtig. Warten wir hier, oder? Oder wir rushen. Wollten aber 1,30 werfen, oder? Ja, wohin werfen wir denn? Ich werfe hier über das Haus drüber, okay? Alles klar. Okay, ich werfe hinten in die Ecke. Ich gucke nach unten. Oh, nach unten kommt einer! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich weiß. Kitchen. Window, Bank und Kitchen. Ja, Bank hat mich. Das ist ja so, direkt hinter der Bank und Kitchen-Window. Komm, wir gehen in den Tunnel. Wir gehen einfach in den Tunnel, Therese. Ja, 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 ich düse. Langsam. Wir hinfaultieren. Oh Gott, ich wollte dich abschießen. Nein, mach' ich nicht. Oh Mann. Outschi. Outschi. Weil er 14,9 tut aber schon weh, ne? Ach, das ist schon okay. Ist ja deren Map. Ich sag' nicht. Ist nicht deren Map. Ist nicht deren Map. Bist du? Wie, ist nicht deren Map? Natürlich. Ist nicht, nein, ist nicht deren Map. Ich hab gefragt, was spielen wir als nächstes. Er sagt, die Mirage, habt ihr gewählt, aber wir hätten da gar keinen Bock drauf. Und dann hab ich gesagt, okay, cool, ich spiele mit Mirage. Hey, wieso haben wir einfach alle Maps gefehlt, oder was? Äh, ja. Damit wir halt auch mal gewinnen. Ja, wir haben alle gewählt. Oh! Ist ne Bastard. Mir klaus ist einer. Ich glaub, unter Holz sitzt einer. Okay, wir folgen nicht der Bombe, das ist gut. Doch, ich bin noch da. Ja, du. Ich bin noch mal raus. Oh, zwei Leute Mitte. Einer ist Jungle, einer ist CT. Wer ist tot? Dreck ist noch B gewesen. Nein, als ob der sich in die HE stellt. Der steht Küche da hinten, Jungle. Ja, kass. Mi, 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 mi. Ich bin so erschrocken. Ja, war ein schöner Schuss. Ja, kaufen. Auf jeden Fall kaufen. Alles Rotflinte oder was? Machen wir jetzt mal Tour de Mirage. Das haben wir nie gemacht. Wie geht das? Was macht man da? Einfach selber hinterherlaufen. Oder Peter. Der kann das auch, glaube ich. Kann man hier eigentlich auch so eine Monotov rüberwerfen. Einfach mal so da. Das kommt bestimmt an. Wo gehen wir jetzt lang? Da durch. Zwar. Ich gehe direkt in Jungle. Ah, da hat er sich das auch direkt gemacht. Zwei Aufliegen hier. Okay, das ist meine. Einer ist CT. Alter, ich bin so kacke gerade. Das ist ja insane. Ja, stimmt. Död. Plente mal. Einer war CT. Ja, wir sind noch nicht da, um dich zu schützen. Jetzt erst. Ja, wenn doch einer eine Arbe haben will, in Jungle liegt noch einer. Ah, ne, da will ich nicht hin. Das ist mir zu risky. Ich verstecke mich einfach. Ich will gewinnen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr hier auf die Fresse zu kriegen. Wart ihr mit der Leiter, ne? Ich war da drin. Nice. Niklas, du musst echt noch Leben lernen, ey. Mann, Mann, Mann. Wow. Der fahre kann das ja und Happy ja, aber der? Happy safe. Oh, happy safe. Nein, 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 nein. Oh, nice safe. Scheißsafe der. Scherz, cool. Hey da. Ja. Oh, Happy safe. Was, ob Tour de Mirage easy geklappt hat, ey. Na klar. Können wir jetzt nicht nochmal machen. Warum? Aber jetzt machen wir Tour de A. Okay, also wir stellen uns nochmal vor A. Genau, wir stellen uns nochmal vor A. Warten kurz. 1,28 dieses Mal. 1,28. Ja, das ist wichtig, dass wir 1,28 machen. Einfach zögern nochmal, zu dem, was wir vorhin gemacht haben. Krass, das sind die Mindgames. Die machen eben den Unterschied. Hier ist der Smoke. Ich kann jetzt nicht bei 1,28 rausgehen. Dann lass warten. Dann lass mal warten. Dann mach mal 1,23 draus. Okay. Ja. Jetzt könnte ich. Ja, du bleiben bei 17. Ja, lass dich diskutieren jetzt. Okay. Neuer. CT, CT. Wir können hier gerade nicht raus. Wer nicht. Jetzt glaube ich oben. Und einer Treppe. Hinten drin ist weggesmaugt. Wo bin ich denn hingelaufen? Äh, Connector und Jungle. Einer CT. Ach, komm, deine Mutter. Schön, Connector ist noch einer. Sind auch noch vier, ne? Ist das Connector hier? Da ist auch noch einer. Oh, schade. Oh nein, der hat die andere gehabt. Der war oben drauf und einer kam von hinten, glaube ich. Der defused. Jetzt sind sie durch. Soll ich machen, der weiß... Nein. Scheiße. Alter. Hey. Ich habe gar nicht gecheckt, von wo der mich abgestoßen hat. Scheiße. Verkacke. Ah, Mist. Waren die einfach besser. Na ja, ist okay. War eine gute Runde von denen. War eine gute Runde, muss man sagen. Ja, war wirklich eine gute Runde. Da haben sie sich echt mal angestrengt. Seppkrieg von mir ist freundlich. Nice, danke schön. Warum kriegst du auch? Okay. Er ist ein guter Lehrer. Jetzt mal wieder Counter-Strike, Global Offensive. Vielen lieben Dank, SZA, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Guckt mal hier vorbei. Genau. Macht geilen Content. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.